Hallo und herzlich Willkommen zu FIFA 15 im Premier Cup. Wir spielen mit Zahir Masit im Achtelfinale. Auf geht's. Und los geht's. Los Bill, Bill, auf Wunderdor. Mein Gott. Anschließender Eckball. Komm schon. Verdammt. Okay, Benzema, Benzema, Benzema. Spielt ihn auf Bale. Bale hat freie Bahn. Spielt ihn auf Ronaldo. Ronaldo macht ihn. Ronaldo. 1 zu 0. Nachschussschloss, Nachschussschloss. Verdammt. Kritsch dich rein. Hau ihn weg. Ich glaube, das könnte ein Konterschoß werden. Konterschoß über Bale. Über Bale. Bale, komm. Komm. Gib Gas. Bale. Bale. Hintermitte läuft Benzema. Auf Benzema. Oh, verdammt. Okay, Modric hat nochmal den Ball. Modric hat nochmal den Ball. Hoch. Wieder runter zum Modric. Verdammt. Rodriguez holt sich den Ball zurück. Spielt ihn runter auf. Benzema. Benzema. Mit der Chance. Mit der Chance. Und Tanz. Benzema. James Rodriguez. Wieder Bale. Benzema startet. Benzema. Benzema. Gegen Kassiers. Gegen Kassiers. Kassiers. Hält Scheiße. Nachschließend. Anschließend Eckball. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und Ronaldo. Komm schon. Modric. Ah, verdammt. Ronaldo. Lauf, 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 lauf. Gib Gas. Gib Gas. Ey. Ey, komm schon. Oh, verdammt. Noch eins. Das darf der Benzema sein. Ah, nicht weit genug. Oh, das kann gefährlich werden. Das kann richtig gefährlich werden. Nein! Es ist so unverdient. Scheiße. 36. Minute. Eckball. Den nochmal rein. Ich spür's. Ich spür falsch. Oder? Rodriguez. Rodriguez. Nein, geh doch rein. Verdammt. Benzema. Benzema. Eben eins gegen eins. Oh, verdammt. Wie zieht der den Trieber? Okay, wieder Benzema. Und mach ihn. James Rodriguez. Mach den. 2 zu 1. Verdient. Die Jubelszene leckt total, aber es ist mir scheißegal. Es steht 2 zu 1 für mich und es ist so unheimlich verdient. Ohohohohoho. Scheiße. Schön auf Ronaldo gespielt. Ronaldo, riesen Chance. Riesen Chance. Mach ihn doch. Mann. Schön auf Ronaldo. Weit nach außen rüber gespielt. Komm. Ronaldo setzt sich durch. Kassiers hält ihn. Komm, den habe ich gesehen. Schön gespielt. Schön, Benzema. Runter auf Ronaldo. Ronaldo zieht einfach mal ab. Und Benzema. Nachschuss. Und wieder gegen den Pfosten. Verdammt. Noch eins. Mittlerweile wäre es so verdient. Es wäre so verdient. Gut angegriffen. Gut getackelt. Ronaldo. Mach ihn. Mein doch. Schieß doch kein Luftloch. Mach das Ding rein. Auf Benzema. Mach ihn. Benzema. Zubail. Da läuft Benzema in den Raum. Ganz unten kommt einer nach. Und. Wieder nix. Nachschuss. Schuss. Katan. Alter. Ich verzweifle hier. 90. Minute. Witten, der macht noch eins. Ich sehe es echt kommen. Benzema. Läuft da. Verdammt. Der Ball muss weg. 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 Ist es echt kommen. Ist es kommen. Ist es kommen. Ist es kommen. Ist es kommen. Oh. Auf der Linie geklärt. In der 90. Minute. Nachschuss. Chance. Oder beziehungsweise allgemein. Chance. Okay. Konterschance. Bale. Bale geht. Bale läuft. Bale. 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 Ganz rum. Kommt. Benzema. Der Ball kommt nicht an. Verdammt. Pfeif endlich ab. Fünf Minuten Nachschusszeit. Ball kommt an. Bei Bale. Modric. Nein. Hau ihn weg. Zähl dich als Elfmeter. Weg mit. Vorbei. Vorbei. Das Spiel ist vorbei. Ach. Du Schande. Erste Runde ist überstanden. Wir sind im Viertelfinale vom Premier Cup.